Jetzt geht's gleich los. Bevor wir durchstarten, ihr braucht ein kleines Handtuch. Wohnt euch das schnell nochmal. Ich starte die Musik und dann machen wir einen kleinen Fitnessblock. So, ich hoffe ihr habt alle euer Handtuch gefunden. Das machen wir nochmal ein bisschen zusammen und legen wir jetzt gerade die hier auf den Boden. Wunderbar. Dann gehen wir durchstarten. Eine Etage tiefer. Bauchnabel zur Größe und die Schultern bleiben unten. Los geht's. Und nur rechts. Weiter geht's. Links. Und nochmal weiter aus. Und die Arme bleiben oben. Schön greifen. Und die Arme kommen oben. So, so gut. Und noch ein kleines. Jetzt die ganzen Arme. Beide Arme zusammen. Und noch einmal. Jetzt nur rechts einmal nach hinten. Und wieder zurück. Und noch einmal. Und zurück. Wir wechseln. Nichts ist klar, aber nicht mehr. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Den Kopf. Vorher. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Vorher. Auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite. Und wieder zurück. Und wieder zurück. Auf der anderen Seite. Und wieder zurück. Auf der anderen Seite. Und wieder zurück. Auf der anderen Seite. 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 auen wir mal. positives und die andere anhalten. Wir hören Sie mit Ihnen in der Bosch. 4, 3, 6, 4. Die beide wieder raus und rum. 4, 3, 2, Step up! Auf jeden Fall in die Wahrnehmerscheule founded. Ich zeige, ihr wisst, genau gemacht. Schritt dahin. Also zweimal hin und zu. Vier, drei, zwei, eins. So, vier, drei, zwei. Jetzt müssen wir es kreuzen. Nur zwei. So, vier, drei, zwei, eins. Und da waren die Beine, die bleiben in der Bewegung. Vier, Vendrehung. Und vorne. Noch vier. Drei, drei, zwei. Oder eins. Und drüber drehen. Gleiches. Und andere Seite weiter. Vier, drei, zwei, zwei. Und acht. Wieder drehen. Jetzt die Arme noch mit. Und beide Arme. Seit, 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 seit. Noch vier, noch drei, noch zwei. Nach oben und hoch und hoch und hoch. Noch vier, drei, zwei, jetzt tief. Und acht. Und acht. Und sechs. Und sechs. Und vier. Drei, zwei. Wieder seit. Und acht. Und acht. Sieh. Und sechs. Und sechs. Und sechs. Und vier. Drei, zwei. Und nach oben. Und acht. Und acht. Und sechs. Und acht. Und acht. Und acht. Und acht. 快訪ね. Lieder, Lieder, No more forever I can hold this female, I will stand what you're like The reason you must do is to say Lied, Lied, Lied Is if you have the choice Even if you can't I eat I'll be too, I'll be too, I'll be too, I'll be too Lied, Lied, Lied Hoch, hoch, vier, drei, zwei, rechts, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, wechseln, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, wir wechseln, rechts, links, links, vier, drei, zwei, seit, 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 vier, drei, zwei, ohne Hand. Und kleuren viele. Tätig vier. Single, Single, Double. Vier, drei, zwei, uno that we can win. Single, Single, Double. Single, Single, Double. Single, Single, Double. Single, Single, Und vier. Wir nehmen jetzt die Spitzen nach außen. Schultern zu drucken, außen und oben. Und seit, 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 seit. Und noch acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, nach oben. Und acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, nach oben. Und acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, wieder sein. Und vier, sechs, fünf, vier, drei, zwei, in Flüssen, rutschen. Schultern zu drucken. Vier, drei, zwei, aus dem Kopf. Nicht in die Gelenke reinschlagen. Bitte schön nach oben schieben. Acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, schieben. vortex, drucken, warten, los quen, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, die Seid. Und noch fünf, vier, drei, zwei, sechs, fünf. Może nicht in die Gef 지나ificación? Und vier, zwei, zwei eine. Vier, drei, zwei, rechts. Vier, drei, zwei, links. Vier, drei, zwei, rechts. Vier, drei, zwei, links. Vier, drei, zwei, double. Vier, drei, acht, zwei, links. Ringen. Section. Und wir werden wieder rechts und rechts. Vier, drei, zwei, rechts. Vier, drei, zwei, schnitt. 4, 3, 2, 8, und rechts. So, wir legen unseren Trug nochmal richtig gut hin. Direkt vor die Füße. So, ich zähle nochmal bis 4. Und dann tippen wir erstmal rechts hin, bis zum Wechseln wieder. Schön immer die Füße anheben mit der Fußspitze. So. 4, 3, 2, los geht's. Und dann lachen. 4, 3, 2, links. So, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mit links. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 3, rechts auf, 4, 3, 2, links, 4, 3, 2, Double, 2, 1, noch ein Double, 2, 1, und dann wechseln. Zwingen, noch 4, 3, 2, jetzt die Perse, schön hoch, schön, schön hoch, noch 4, 3, 2, nur rechts und 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, links und 8, 7, 6, 5 und 4, 3, 2, rechts, 4x, 3x, 2x, links und 8, 3x, 2x, Double, und 2, 1, 2, nochmal, und 2, 1, wiedersehen, rechts und links, und die anderen mit, und rechts und links, rechts und links, noch 4, 3, 2, Rückmarsch. Wunderbar, gut aufgepasst, wir gehen, wir gehen, tap, rechter Fuß, ohr, linker tippt auf, linker Kitzel rück, rechter tippt auf, tap, erst mal rechts, acht mal, dann links, acht mal, hier rechts, hier links, zwei, 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 noch mal, zwei, zwei, und dann sehen wir noch hier. Okay, okay. dynamisch verschieben. Wer möchte, nimm die Arme mit. Wir machen einen Reiß nach vorne. Hübsch. Vier. Drei. Zwei. Los geht's. Acht. Sieben. Sechs. Und fünf. Noch vier. Drei. Zweimal. Mit links. Weiter. Und acht. Sieben. Und sechs. Noch fünf. Und vier. Drei. Zwei. Mit rechts. Viermal. Vier. Drei. Zwei. Mit links. Vier. Drei. Zwei. Dann rechts. Jetzt links. Noch mal. Und links. Und rechts. Die Schultern bleiben nicht unten. Den Nagen nach oben gehen. Und Arme noch mal locker lassen. Aufgepasst. Wir machen vorne noch mal ein. Und klein. Jump. 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 Vier. Drei. Zwei. Mal noch. Und Marsch. Auf Platz. Jetzt läuft rechts. Und nach oben. Das sind gute Arten gefasst. Wir machen noch mal Taps. Aber wenn wir mit rechts drüber gehen. Vöde drüben. Und schauen zur Seite. Mit links drüben. Und wir schauen zur Seite. Erstmal locker. Und Arme. Und wechseln. Vier. Zwei. Zwei. Vier. Vier. Das war schon gut. Auf die. Zwei. 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 Gut. Gut. Die Arme kommen dazu. Wir machen die Kante. Watterfleiten. Im rechten Winkel. Die Arme immer schön nach außen ziehen. Wenn wir nach außen gehen. Ziehen wir die Arme nach außen. Gut. Vier. Drei. Zwei. Und geht. So. Und jetzt nach vorne. Und jetzt nach vorne. Vier. Drei. Zwei. Und eins. Und nach. So basic. Rechts, links. Rechts vor. Links vor. Rechts zurück. Links zurück. Atme rechts. Atme links. Und die Rest kennt ihr ja schon. Wer möchte, kann die Arme als Arme locker mitnehmen. Wer ein bisschen mehr tun möchte. Und auf rechts die Arme nach vorne. Und auf links nach oben. So wie es euch am besten macht. Okay. Ich höre die Schiene. Vier. Drei. Zwei. Und rechts. Bessig. Vier. Und rechts. Zwei. Und rechts. Und rechts. Sechs. Und fünf. Noch links. Drei. Zwei. Und rechts. Und vier. Drei. Zwei. Mit links. Vier. Drei. Zwei. Dabbel rechts. Zwei. Und eins. Links. Sechs. Und noch mal damit. Zwei. Eins. Links. Achtung. Jetzt sehen. Rechts. Und links. Rechts. Und links. Wunderbar. Mal noch vier. Noch drei. Zwei. Mal hoch. Und rechts. Sehr gut. Jetzt muss meine Hand noch mal ein bisschen nach hinten ziehen. Ich rutsche mal weiter zu euch. Und rechts. Und rechts. Und rechts. Das was wir eben gemacht haben. Gehen wir auch zur Seite. Dann sind wir eben ein bisschen. Ausstieg. Die Arme machen genau das gleiche wie in der Luft. Ein so genanntes Auge. Stamm wieder rechts. Links. Und rechts. Und wieder dynamisch marschieren. Fest. Noch vier. Drei. Zwei. Mit rechts. Und acht. Sieben. Sechs. Fünf. Drei. Vier. Drei. Drei. Zwei. Und links. Und acht. Sieben. Sechsmal. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Jetzt sechzen. Vier. Vier. Drei. Zwei. Und links. Vier. Drei. Zwei. Dabbel rechts. Mit links. Noch mal Dabbel rechts. Mit links. Single. Los geht's. Und acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Drei. Marsch. Ja, das habt ihr schon mal sehr gut gemacht. Das muss auch gar nicht perfekt sein. Aber so, es wird ein bisschen verarmen. So, dass wir, was wir eben gemacht haben, diesen Miester-Egel, verribilieren wir jetzt noch mal ein bisschen. Und dann, indem wir, wenn wir zurückgehen, einen Vierdrehen kommen, wir werden in das ganze Turn-Step, ich zeige es einem, wenn ihr wisst, wie es geht. Und, das heißt, wir machen genau das Gleiche gesehen. Und dann, wenn wir, wenn wir das mal nicht mehr so gut machen, wir gehen, dann gehen wir in die Grundposition. Und dann, wenn wir nicht mehr so gut gehen, dann gehen wir in die Grundposition. Und wieder ohne Hürz. 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 Die Hürz. Und wieder ohne Hürz. Und wieder ohne Hürz. Drei. Und wieder ohne Hürz. 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 Und wieder Hürz. Und wieder Hürz. Und wieder ohne 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 Hürz. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Und noch ein. Und noch ein. Das ist meine. Eins. Fester Stamm. Und ich tanze. Und ich hab's noch mal. Ja, ich hab's geschafft. Wir schieben das Gesäß noch mal schön nach hinten. Und wir uns wieder nach hinten. Und noch mal rein. Und wieder in den Start. Und in den Start. Und hoch. Jetzt dürft ihr noch mal mit dem Haltuch bis auf eurem Füßen. Schön vorsichtig. Und jetzt die Arme von den Glassen. Und noch mal ein Krabis. 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 Legt eure Handpust ab. Und noch mal ein Krabis. Und noch mal ein Krabis. Das habt ihr toll gemacht. Mein Bein nach außen. Streng los. Wir wechseln, weiter geht es mit links. Und meine Arme. Lasst die Arme rufen. Streckt euch noch mal, streckt euch noch mal aus. Wir haben es ganz lang gemacht. Auf die Fußspitzen. Und langsam. Die Arme rufen. Und ihr habt das geschafft. Ganz super. Wunderbar. Ich freue mich schon auf den nächsten Mal. Bleibt gesund und fit. Bis dann. Tschüss.